Ich bin Nastja und beim Niemiumium... Nice, 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 nice! Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule-YouTube-Kanal. Ich bin Nastja und bei mir gibt es ganz viele Näh- und DIY-Anleitungen. Wenn du neu hier bist, freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal abonnierst und auf die kleine Glocke drückst. Dann bekommst du nämlich immer eine Benachtigung, wenn es hier was Neues gibt. Heute gibt es mal wieder eine Nähanleitung. euch hat das bestimmt schon in den fingern gejuckt und zwar gibt es mal wieder eine tasche das ist sie das ist die nice bag und warum sie hat nämlich voll das nice typo band das video heute passiert wieder in kooperation mit snappli und ich verlinke euch unten auch noch mal den beitrag da findet ihr auch noch mal die step by step anleitung in bildern und text für die ganze tasche und das kostenlose schnittmuster alles was ihr für die tasche braucht am material findet ihr bei snappli die tasche hat relativ viele besonderheiten ich fange mal an und zwar erstens das material das ist das fox oil skin light das ist ein gewachster baumwollstoff der sich mega weich anfühlt total hochwertig wasserabweisend und schmutzabweisend ist ihr habt ein großes hauptfach und ich finde generell die größe von der tasche ziemlich ideal weil sie nicht so eine kleine handtasche ist aber auch keine riesengroße tasche sondern so wirklich perfekt zum mitnehmen für eben den kurzen stadtbummel die tasche ist am ende ungefähr 32 x 32 zentimeter groß ihr habt ein großes hauptfach das mit einem loksverschluss geschlossen wird den habe ich auch schon bei der vintage back victoria aus meinem buch verwendet ich verlinke euch mal den blogbeitrag dieser loksverschluss ist halt sehr auffällig sieht mega aus und hat so ein hebemechanismus dadurch ist langfingern vielleicht auch nicht ganz so einfach in die tasche zu greifen zusätzlich gibt es ein sehr einfaches innenfach für handy und weiß ich nicht außerdem gibt es auf der rückseite ein reißverschlussfach wo ihr auch noch mal kleinkram reinpacken könnt ihr könnt euch die innenfächer aber natürlich auch individualisieren und innen zum beispiel auch ein reißverschlussfach anbringen wie ihr möchtet vorne an der tasche ist eine eingenähte falte mit dabei die finde ich ganz niedlich und auch auf der klappe von der tasche ist so ein dreieck eingenäht da könnt ihr eure fantasie aber auch freien lauf lassen und da andere coole geometrische muster aufnehmen der absolute hingucker von der tasche ist aber wohl das band und zwar habe ich hier dieses rips band benutzt von snappli wo draufsteht nice 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 und das finde ich echt ganz cool witzigerweise sehen viele leute erst andere sachen da drin also ich hatte jemand was hat sie incident glaube ich gelesen ich versuche immer science zu lesen ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben was ihr als erstes lest aber es steht halt nice 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 drauf deswegen ist es ja auch die nice bag dieses band wird einfach auf gut band aufgenäht ich würde euch empfehlen ich habe jetzt hier ein sehr dickes gut band genommen deswegen konnte ich auch kein schieber verwenden weil das gut band dann mit dem rips band und so wirklich zu dick wurde dafür wenn ihr einen schieber verwenden wollt und das ganze verstellbar machen wollt nimmt ein dünneres gut band weil natürlich die maschine auch beim zusammennähen von drei lagen gut sparen irgendwann probleme kriegt bei mir ging es gerade noch so testet das am besten vorher ob eure maschine drei lagen gut man schafft so und gleich noch mal ein paar material tipps vorweg oilskin ist wie gesagt eine beschichtete baumwolle und das ist die leite variante dies mit einem extra leichten wachs beschichtet es gibt auch noch mal die heavy variante der stoff bekommt nach einer weile so einen speziellen used look was halt so typisch ist für dieses oilskin ihr kennt bestimmt diese parker aus diesem wachstuch also wirklich wachs wenn man das zu knickt das sieht man so ein bisschen das sieht man bei den taschen jetzt nicht so da eben auf weiß die leite variante ist aber nach einer weile bekommt diese griffige spuren und ich mag das total aber das müsst ihr natürlich wissen und wollen und mögen ihr braucht für das verarbeiten von dem material keine besondere maschine ich habe das auch mit meiner oikake genäht ich habe hier eine ganz normale universalnadel benutzt ihr könnt auch eine jeans nadel nehmen ich würde euch nur keine ledernadel empfehlen wie immer und eine große stichlänge damit das material einfach nicht perforiert generell sind löcher bleiben in dem material das heißt ihr solltet hier mit klemmen arbeiten und nicht so viel mit stecknadeln es gibt hier bei dem reißverschluss die war ja das problem dass wir da irgendwie mit klemmen nicht rankommen zeige ich euch aber auch wie ich das gemacht habe bleibt auf jeden fall bis zum ende dran denn es gibt noch eine kleine verlosung das schnittluster ist wie gesagt kostenlos verlinke ich euch unten und wir legen dann direkt mal los mit der anleitung was ihr zum nähen braucht einen halben meter oilskin stoff einen halben meter futterstoff ohne musterrichtung einen halben meter s 320 bügeleinlage gurtband das 40 mm breit ist bedrucktes ripsband 22 cm von einem endlos reißverschluss und einen passenden schieber zwei d ringe mit steg jeweils 40 mm zwei karabiner mit 40 mm optional wenn das bei eurem gurtband passt einen taschenschieber mit 40 mm ein loxverschluss und das passende werkzeug dazu nähutensilien und nähmaschine ladet euch zunächst das schnittmuster herunter und druckt es genau auf 100 prozent aus schneidet euch jetzt folgende teile zu aus dem eusgen braucht ihr einmal das schnittteil a tasche vorne aus dem schnittmuster übertragt euch hier auch die markierungen einmal schnittteil b tasche hinten beziehungsweise in einmal schnittteil c die klappe und zwei laschen mit jemals 15 x 6 cm aus dem futterstoff braucht ihr zweimal das schnittteil b tasche hinten in aus dem schnittmuster und einmal schnittteil c aus dem schnittmuster das ist die klappe zwei rechtecke für die innen tasche mit je 24 x 17 cm und zwei rechtecke für das reißverschluss fach mit jeweils 28 x 17 cm aus der einlage braucht ihr auch zweimal das schnittteil b und einmal das schnittteil c die klappe kleiner tipp an dieser stelle damit ihr jeweils mit einem halben meter stoff gut hinkommt schneidet alle teile 90 grad gedreht zum fadenlauf zu bügelt zuerst die fließeinlage auf die entsprechenden teile aus dem futterstoff bügelt auch die anderen futterstoffteile in form legt dabei den oiskin stoff weit weg denn der hinterlässt beim bügeln flecken schnappt euch jetzt schnittteil a aus dem oiskin legt die knipse zu falten dafür führt ihr jeweils einen äußeren knips zum mittleren knips und die obere kante liegt dabei bündig steckt dies mit klemmen und wiederholt das ganze auch auf der anderen seite so dass ihr so eine schöne dreieckige falte bekommt näht jetzt nah an der kante im bereich der falte knappkantig entlang um diese zu fixieren legt die beiden klappenteile schnittteil c rechts auf rechts aufeinander und steckt sie ringsherum zusammen näht sie an den seiten und der unteren kurzen kante ab die lange kante bleibt noch offen schneidet die nahtzugabe an den ecken zurück und wendet die klappe steppt die klappe anschließend ringsherum knappkantig ab außer an der offenen kante markiert euch von der unteren kante der klappe die mitte und zieht hier je eine linie zu den oberen beiden ecken ich habe zwischen den schrägen noch eine parallele zur unteren kante gezogen mit einem abstand von acht zentimetern ihr könnt ihr aber auch eurer fantasie einfach freien lauf lassen steppt dann das muster noch mal nach schnappt euch jetzt ein reißverschluss teil und legt es mit der linken seite nach oben hin zeichnet eine linie drei zentimeter von der oberen kante entfernt die 20 zentimeter lang ist ein zentimeter unter diese linie kommt eine weitere linie schließt die beiden kurzen kanten zu einem rechteck zieht anschließend mit ich eine linie die zu beiden linien einen abstand von 0,5 zentimetern hat zeichnet von den ecken jeweils kleine schrägen zu dieser mittellinie an legt dieses reißverschluss teil rechts auf rechts auf das hintere taschenteil aus äußken es liegt vier zentimeter von der oberen kante entfernt und zu den seiten mittig näht nun einmal um das äußere gezeichnete rechteck drumherum und verbindet so die beiden stofflagen schneidet jetzt das rechteck auf der mittellinie vorsichtig auf zu den ecken hin schneidet ihr an den schrägen entlang schneidet hier bis kurz vor die naht beschädigt diese aber nicht wendet dann das infach durch diese neue öffnung und faltet die kante nach das muss schön glatt liegen schneidet euch ein 22 zentimeter langes stück reißverschluss zu und zieht den schieber auf legt ihn jetzt von hinten durch die öffnung so dass ihr die zähnchen auf der seite des taschenteils seht steckt den reißverschluss vorsichtig mit wenig nadeln und näht ihn ringsherum knappkantig an dreht das teil um und legt das zweite reißverschluss fachteil rechts auf rechts auf das angenähte steckt es ringsherum und näht die beiden fächer ringsherum zusammen achtet darauf dabei nicht durch den eusken zu nähen sondern nur durch die beiden fächer legt jetzt die klappe auf das hintere taschenteil mit reißverschluss also das was ihr eben genäht habt die beiden euskenseiten liegen rechts auf rechts aufeinander die offene kante der klappe liegt vier zentimeter vom oberen taschenrand entfernt und zu den seiten wieder mittig näht die klappe knappkantig an klappt die klappe jetzt nach oben und falte die kante nach steppt hier auf der klappe nochmal ein zentimeter von der umgefalteten kante entfernt ab jetzt bereiten wir die innen tasche vor legt die beiden schnittteile für das innenfach rechts auf rechts aufeinander näht einmal ringsherum und lasst an einer langen seite eine wendeöffnung offen wendet jetzt die tasche und bügelt sie legt das innenfach mit der wendeöffnung nach unten auf die rechte seite eines futtertaschenteils positioniert es mittig meins liegt etwa fünf zentimeter vom oberen rand entfernt wenn ihr möchtet könnt ihr euch noch eine unterteilung anzeichnen näht die tasche an den seiten und unten knappkantig an und steppt die unterteilung ab jetzt bereiten wir die lasche vor schnappt euch die beiden teile für die lasche faltet sie jeweils mittig und faltet dann nochmal die beiden seiten ein so dass das stück weiterhin sechs zentimeter breit ist es wird quasi wie ein schrägband gefaltet näht die offene gefaltete kante knappkantig ab ich habe das jeweils auch noch auf der anderen seite abgesteppt damit es symmetrisch aussieht sie dann jeweils einen d ring auf faltet die lasche über und fixiert sie mit einer klemme legt sie kurz weg die brauchen wir gleich wieder legt jetzt die beiden euskinen taschenteile und die beiden teile aus futterstoff jeweils rechts auf rechts aufeinander näht hier dann jeweils die beiden seitenkanten und die bodenkante ab die ecken bleiben noch offen lasst im futter am boden eine wende öffnung klappt jetzt die ecken auseinander so dass die nähte aufeinander treffen näht dann alle ecken ab steckt die beiden laschen jetzt mittig rechts auf rechts auf die seiten nähte der außentasche aus eusken die d ringe liegen dabei nach innen näht die laschen knappkantig an wendet jetzt das futter auf rechts und steckt es in den außenbeutel die rechten seiten schauen sich an steckt die seitennähte genau aufeinander und anschließend die komplette obere kante näht hier einmal komplett drumherum wendet anschließend die tasche und schließt die wende öffnung steppt jetzt noch einmal den oberen rand der tasche ringsherum ab jetzt bringen wir den loxverschluss an zuerst wird das passende loch in der klappe erstellt hierfür könnt ihr das werkzeug und einen hammer nehmen ich nehme immer ganz gerne die vario zange und die 11 mm lochaufsätze die eigentlich für die ösen gedacht sind dreht dann den oberen teil des verschlusses ein dafür gibt es dann einen extra schraubendreher übertragt euch die position vom oberen teil des loxverschluss auf den unteren teil der tasche und bringt hier entsprechend die gegenseite an so jetzt kommen wir noch zum träger misst euch aus wie lange träger sein soll gebt zu der länge zehn zentimeter hinzu und schneidet die länge vom gurtband ab es sei denn ihr wollt und könnt noch einen schieber aufziehen dann muss das ganze natürlich entsprechend länger sein schneidet euch ein gleich langes stück aus dem ripsband zu und näht es auf ich nähe hier links und rechts entlang der schwarzen streifen auf dem muster zieht auf beide gurtband enden jetzt jeweils ein karabiner auf und schlag das gurtband dahinter doppelt um näht es dann fest meins ist hier wirklich sehr dick und ich kann mit meiner maschine gerade so drüber nehmen bringt dann den träger an der tasche an und ihr seid fertig so ich hoffe die anleitung hat euch gefallen ich finde die tasche mega cool und freue mich auf jeden fall sie auszuführen ich habe zwei farbkombinationen genäht und zwar einmal außen gelb innen schwarz weiß grau quasi und einmal außen grau innen mint das ist so die unauffälligere variante ich glaube aber ich mag die gelbe tatsächlich mehr weil sie so sommerlich frisch ist danke an dieser stelle noch einmal an snappli für die tolle kooperation und jetzt kommen wir noch zur verlosung ich verlose zwei snappli gutscheine a 25 euro an euch und alles was ihr tun müsst ist in die kommentare zu schreiben in welcher farbe ihr denn die nice bag nähen würdet zeit habt ihr immer drei tage und alle infos findet ihr auch noch mal in der infobox ich freue mich auf jeden fall wenn ihr die tasche nach näht und unter dem hashtag nice bag auf instagram teilt ihr freut uns natürlich auch wenn ihr snappli und mich vertagt und dann ganz viel spaß beim nähen wir sehen uns nächste woche wieder hier gleiche stelle gleiche welle dienstags 12 uhr bis dahin habt eine kreative zeit tschüss gleiche